wir werden lambda ausdrücke uns zunächst in java ansehen und dann in racket um uns lambda ausdrücke in java anzusehen müssen wir noch mal ein bisschen mehr zu interface sehen als wir bisher gesehen haben wir haben bei weitem nicht alles gesehen was in interfaces inzwischen so alles möglich ist da sehen wir uns vielleicht am besten in einem beispiel an so wie hier das hier kennen wir schon diese art von methoden die implizit public sind wenn wir nicht public explizit davor schreiben in interfaces natürlich nur nicht in klassen und die nicht implementiert sind also eine objektmethode die nicht implementiert ist und die sind im alles in interfaces ist auch weiterhin public also auch die anderen bestandteile die sicher sehen sind alle implizit public wenn wir nicht public davor schreiben sie sehen das hier ist eine es ist die möglichkeit konstanten zu definieren es gibt die möglichkeit klassenmethoden zu definieren und es gibt auch eine neue möglichkeit dass man gesagt hat okay es gibt situationen wir werden auch beispiel dafür sehen es gibt situationen in denen es doch sinnvoll ist auch in einem interface eine objektmethode nicht nur zu definieren sowie hier das m1 sondern wie m3 auch zu implementieren aber das soll angezeigt werden durch ein neues schlüsselwort default ursprünglich waren interfaces so gedacht und realisiert dass sie tatsächlich nur das hatten was wir bisher kennen nämlich public objektmethoden die nicht implementiert sind aber durch den druck der notwendigkeiten hat sich ergeben dass so nach und nach auch andere möglichkeiten realisiert sind aber wir werden gleich noch sehen beim vergleich mit abstrakten klassen das ist doch noch eine deutliche unterschiede zu den möglichkeiten von klassen gibt so mit diesem default hat es eine besondere bewandtnis das ist im grunde die schnelle die stelle bei der in anderen programmiersprachen wie c++ ein großes problem auftritt mit mehrfachvererbung auf richtigen vollständigen klassen wir hatten ja gesagt interfaces sind eingerichtet worden weil man mehrfachvererbung haben möchte aber man hat sich nur für diese leichtgewichtige variante von mehrfachvererbung entschieden weil die erfahrungen in anderen programmiersprachen mit mehrfachvererbung auf richtigen klassen sehr problematisch waren und sind und eine dieser problematiken ist die dass ein und dieselbe methode also mit demselben namen und mit demselben mit der selben parameter liste dann von zwei verschiedenen basis klassen beziehungsweise in java halt basis interfaces ererbt werden nämlich beide sind implementiert das heißt wir haben plötzlich hier in dieser klasse groß x zwei implementationen derselben methode und da ist die grenze gesetzt worden bei der entwicklung von inter bei der weiterentwicklung der interfaces in java dass so etwas nicht erlaubt ist wenn zwei interfaces dieselbe methode implementieren dass dann eine klasse nicht beide interfaces implementieren darf so hier nochmal die unterschiede wie angekündigt auf der einen seite ist die frage natürlich wozu braucht man interfaces wegen der mehrfachvererbung dies aus guten gründen in java auf vollständigen klassen nicht gibt auf der anderen seite wozu braucht man dann eigentlich noch beispielsweise abstrakte klassen wenn interfaces ja inzwischen so viel können naja was sie hier sehen ist abstrakte klassen können noch einige sachen die interfaces nicht können sie sehen ja ein beispiel dafür dass programmiersprachen über die jahrzehnte hinweg evolutionär wachsen sich verändern und das konnten hier in diesem beispiel etwa das konzepte die ursprünglich sehr separat voneinander gedacht waren durchaus ein bisschen zusammengewachsen sind also nicht mehr so völlig unterschiedlich aussehen wie sie ursprünglich ausgesehen haben wir brauchen jetzt noch eine begrifflichkeit nämlich functional interfaces und die funktionale methode funktional method eines funktional interfaces hier haben wir noch mal dieses beispiel von eben das ist tatsächlich ein funktional interface warum weil es nur eine methode gibt die nicht static oder default ist also ein es gibt nur eine methode von der form wie wir sie ursprünglich für interfaces nur kennengelernt haben nicht mehr als diese eine nicht weniger als diese eine und nicht mehr als diese eine genau eine und wir behalten das jetzt mal kurz im hinterkopf und werden gleich sehen was es damit für eine bewandtnis hat wie jetzt werden wir auf den nächsten beiden folien zu lande ausdrücken kommen so zunächst mal haben wir hier ein interface into double function und wir haben schon in ähnlichem fall double to double function gesehen was was wir damit verbinden so eine funktion soll mathema nein schön so ein interface soll mathematische funktionen repräsentieren nämlich alle mathematischen funktionen die eine ganze zahl abbilden auf eine reelle zahl into double function und sie sehen hier der parameter vom typ in und der rückgabe wert vom typ double und hier sehen sie eine klasse eine sehr einfach strukturierte rein illustrativ gemeinte klasse die dieses interface implementiert also im spiel mit drin ist und sie sehen was dieses diese kleine klasse mold hier macht nämlich sie bekommt eben ein int parameter und bildet den auf ein double wert ab indem sie den diesen in in wert mit einem faktor multipliziert der vorher hier schon in diese funktion reingegeben wurde also in diese mathematische funktion realisiert durch eine klasse das heißt also die klasse mold repräsentiert mathematische funktionen von ganzen zahlen in reale zahlen die parametrisiert sind durch einen zusätzlichen wert genau diesen faktor hier so und jetzt kommen wir auf dieser folie zu die klasse ausdrücken das oben ist nichts neues wir haben das interface wir haben die klasse die dieses interface multipliziert hier ist diese parametrisierung drin also die 10 mit der dann beim aufruf der funktion der parameter wert multipliziert wird das heißt hier kommt insgesamt in y als ergebnis 110 heraus der entscheidende punkt ist jetzt dass die zweite die zweite doppelzeile exakt identisch exakt analog ist zu der ersten zeile nur dass wir uns das ganze hier sparen können wir können uns völlig sparen die klasse mold überhaupt zu definieren wir können uns völlig sparen hier ein objekt von mold einzurichten wir können schlicht und einfach stattdessen anstelle der definition der klasse mold vom netz von der letzten folie plus der einrichtung dieses objektes können wir stattdessen das hier schreiben also dass wir schlicht und einfach die mathematische funktion hin schreiben x wird abgebildet auf x multipliziert mit 10 und das ist kein hexenwerk sondern wir gucken uns einfach an was der compiler daraus macht und daraus sollte dann verständlich werden der compiler macht implizit intern genau das was wir eben in der klasse mold explizit zu fuß selber gemacht haben das heißt also der compiler nimmt uns das alles ab wenn der compiler eine solche zeile sieht er kennt schon dieses interface into double function weiß das ist ein funktionales interface mit dieser methode apply und weiß daher aha wenn auf der rechten seite so ein ausdruck ein lambda ausdruck steht dann ist damit gemeint eine es soll eine anonyme klasse die wir gar nicht von unserem programm aus sehen oder gar ansprechen können deren namen wir auch nie erfahren werden eine solche anonyme klasse wird tatsächlich intern bei der übersetzung mit in den übersetzten code eingefügt die genau dass wir unsere klasse mold macht nämlich hier diese diese multiplikation einzufügen und dann an der stelle wo dieser lambda ausdruck steht wird dann tatsächlich ein objekt dieser anonymen klasse eingerichtet das kriegen wir also alles dadurch geschenkt dass wir hier einfach diesen lambda ausdruck hinschreiben der einfach beschreibt jedes x wird durch auf x mal 10 abgebildet der compiler weiß dadurch dass es eine funktion eine einzige funktionale methode gibt dass diese methode gemeint sein muss dass das x also dieses x hier sein muss als int und dass das ergebnis vom typ double sein muss int mal int lässt sich in double konvertieren das passt also also damit kriegen wir eine deutliche verkürzung in solchen situationen in der schreibweise hin die sich an vielen stellen sehr sehr nützlich macht um den code bündiger und dann auch übersichtlicher zu gestalten hier sehen sie jetzt noch einen weiteren schritt einen weiteren aspekt den wir im ersten einführenden beispiel noch nicht gesehen haben sie haben jetzt hier eine variable deren wert davon abhängt was zur laufzeit des programms passieren nämlich ganz konkret natürlich ein unsinniges beispiel aber repräsentativ für sinnige beispiele y soll entweder 10 oder 12 sein und wenn der mond jetzt in dem moment wenn das programm läuft gerade abnehmend ist dann soll es halt 10 sein und ansonsten halt 12 so und irgendwo weiter unten wird dieses y jetzt in einem lambda ausdruck verwendet da wo eben die 10 stand steht jetzt das y und abhängig davon was in was in was jetzt gerade mondphase ist steht wird findet hier also eine multiplikation mit 10 oder mit 12 statt aber die findet irgendwo viel viel weiter später statt die findet vielleicht sogar statt zu einem völlig anderen zeitpunkt wenn das programm dauerhaft läuft denken sie an irgendwelche steuerungssoftware von von fabriken oder ähnliches dann kann es sogar sein dass dieser aufruf hier implizit mit diesem y zu einem ganz anderen mondphase passiert das heißt also irgendwie aber es ist es ist wirklich dieses y dieser y wert zu diesem zeitpunkt hier wo dieser lambda ausdruck eingerichtet wurde und vielleicht 14 tage später zu einer völlig anderen mondphase wird diese letzte zeile hier aufgerufen da wird das y angewandt das hier in dieser mondphase dann gesetzt worden ist das ist auch kein hexenwerk das lässt sich alles erklären mit den möglichkeiten von klassen die wir schon lange kennen nämlich dass diese anonyme klasse jetzt nicht einfach nur dass die jetzt ein attribut hat und was das dann hier im konstruktor hier unten dann initialisiert wird also eben hatte hatte die der der konstruktor für die anonyme klasse keine parameter war auch nicht notwendig jetzt brauchte diesen parameter und dieser parameter wird wird dann vielleicht 14 tage später zu einer völlig anderen mondphase dann hierbei apply es double dann verwendet der begriff für für diese art von weise wie lambda ausdrücke dann tatsächlich werte von ihrer entstehungs kontext dieses y in diesem beispiel dann in den anwendungskontext übertragen denn der begriff dafür nennt sich closure und wir haben eben gesehen dass das kein hexenwerk ist wie man das wie man sich das vorstellen kann dass der compiler das realisiert einfach so wie wir es zu fuß auch hätten realisieren können wichtig ist begrifflich lambda ausdrücke wie wir sie jetzt gesehen haben einzuordnen nämlich es ist einzuordnen das begrifflich heißt natürlich auch dann konzeptuell ein sohn es geht nicht nur um sprache sondern es geht auch um verständnis was ist die funktion eines lambda ausdrucks die funktion eines lambda ausdrucks ist literal zu sein wir kennen von den verschiedenen eingebauten datentypen und auch von einem klassentyp string das konzept literale nur dieses diese eine klasse string hat literale in doppelten hochkommas ansonsten gibt es literale wörtlichen geschriebenen werte dieses typs nur von primitiven datentypen und wie wir jetzt sehen tatsächlich auch von funktionstypen nämlich ein beispielsweise hier ein lambda ausdruck der double double auf double also reelle zahlen auf reelle zahlen abbildet und die formel sollte ihnen aus der schule oder aus dem mathematik teil ihres studiums bekannt vorkommen das ist also eine wörtlich hingeschriebene funktion ein wörtlichen geschriebener wert von einem funktionstyp sowie beispielsweise hello in doppelten hochkommas ein wörtlichen geschriebener wert von typ string ist so jetzt sehen wir dann mal wie ich schon angekündigt hatte dass diese default methoden sehr sehr sinnvoll sind im verhältnis zu funktionalen interfaces und lambda ausdrücken hier ist ein beispiel dafür ein reales beispiel aus der java standard bibliothek sie sehen hier ein interface in predicate das ist die funktionale methode die realisiert das prädikat also also was ist ein prädikat eine mathematische funktion in java realisiert durch eine methode die auf ihre eingabe etwas testet und dementsprechend true oder false also boolean zurückliefert und in dem fall in predicate ist die eingabe ein int und diese klasse in nein entschuldigung dieses interface in predicate hat mindestens diese drei default methoden ich glaube das sind auch alle mit der default methoden weiß ich jetzt nicht genau kann man nachschauen und da kann man jetzt anfangen damit herumzuspielen wir fangen erstmal damit an dass wir als spielmaterial eine einfache klasse definieren die das interface in predicate implementiert die schlicht und einfach nur true oder false zurückliefert je nachdem ob der eingegebene zu testen der wert jetzt ort ungerade ist oder ob er halt nicht ungerade also gerade ist und sie sehen dann hier genauso wie eben bei diesem malt bei into double function jetzt genauso bei in predicate das ist ja auch ein funktional interface mit einer funktional methode test da funktioniert es genauso wieder der compiler weiß von in predicate wenn da jetzt ein lambda ausdruck auf der rechten seite steht dann weiß er prüft nach ist das ein funktional interface ja ist es was ist die funktionale methode das ist diese methode test von int in boolean guck nach passt dieser lambda ausdruck hier darauf passt es wenn ich wenn er hier für n int einsetzt und als ergebnis typ boolean hat ja dieser ausdruck ist tatsächlich von dieser sorte ein int n modulo 2 test auf gleich eins passt und liefert ein boolean zurück und macht genau das was wir eben bei der klasse malt gesehen haben nämlich das was wir zu fuß hätten auch machen können was wir hier auch noch mal mit dem mit der klasse ist ort gemacht haben das noch mal dann entsprechend selber intern ohne dass wir damit behelligt werden und dann kann man anfangen jetzt mit diesen drei default methoden herum zu spielen jetzt kommen die drei default methoden spiel sie sehen hier oben drei beispiele für lambda ausdrücke wie wir es eben gesehen haben und diese methode negate liefer ist von der von der klasse in predicate liefert wieder ein in predicate zurück und dieses zurückgelieferte in predicate dessen funktionale methode liefert genau dann true also pred4 die funktionale methode liefert genau dann true wenn pred1 false liefert das ist ja auch die logik von negate vom logischer negation and und or also nehmen wir and als beispiel her or inklusiv oder ist dann wieder dasselbe und erwartet ein parameter wieder vom typ in predicate und liefert ein in predicate zurück und dieses in predicate pred5 liefert genau dann zurück wenn sowohl pred2 als auch pred3 true zurückliefern eben die logik von or and entsprechend or und das ganze noch mal in einer kleinen variation um noch mal daran zu erinnern da das funktionen als daten dass wir das ganze beispielsweise auch statt mit einzelnen variablen pred1 bis pred6 auch mild array komponenten hätten machen können von 0 bis 5 und dann können sie zum beispiel da ein beliebig komplex gestaltetes in predicate reinpacken reinpacken in eine methode wie die hier beispielsweise irgendwie komplex zusammengesetzt aus and or und negation auf basis von einzelnen elementaren prädikaten und dann können sie das egal was sie hier rein gesteckt haben so ähnlich wie wir es gesehen haben bei double to double function beziehungsweise in to double function können sie auch mit prädikaten machen beliebig komplexe prädikaten aus einzelnen bausteinen und die zusammenfügungen wie and or zusammensetzen und hier in so eine methode reinstecken und egal was das prädikat hier ist diese methode test wird dann entsprechend nach der logik dieses prädikates nach der möglicherweise zusammengesetzten logik des zusammengesetzten prädikates dann true oder false zurückliefern vielleicht noch einen schritt weiter das ist das geht jetzt über die betrachtung der prädikate hinaus aber so würde man es vielleicht dann in der realität das beispiel von der letzten folie hernehmen man würde nicht nur abstrahieren wie das prädikat eigentlich genau aussieht sondern man würde auch abstrahieren was dann wenn das prädikat true zurückliefert für einen einen wert was dann mit diesem wert eigentlich passieren soll eben war hier hier oben sehen sie es noch mal fest verdrahtet dass da nein entschuldigung eben war auf der letzten folie fest verdrahtet dass hier irgendwas ausgegeben werden soll und jetzt geben wir einen consumer in consumer ist ein interface das auch in der java standard bibliothek definiert ist hier oben sehen sie eine simple beispiel klasse die dieses interface implementiert und die etwa auf dem bildschirm den wert einfach ausgibt und hier sehen sie das offen gehalten ist das nicht mehr wie auf der letzten folie fest verdrahtet ist dass diese das hier an dieser stelle etwas ausgedruckt wird sondern irgendwas kann da hinter der methode except stehen dadurch dass eine entsprechende klasse definiert ist und ein hier eingesetzt wird die in consumer implementiert so noch ein wichtiger punkt zu lambda ausdrücken in java lambda ausdrücke in java sind sehr viel flexibler und damit natürlich leider auch etwas komplexer als wir es bisher gesehen haben wir haben bisher nur diese einfache form gesehen für einfache einfache situationen die so ähnlich sind wie bei funktionen in racket nämlich das einfach von dem von einem parameter ein hier implizit dazu gedachtes return den ausdruck der zurückgeliefert wird hierhin geschrieben wird sie können dasselbe auch etwas komplexer schreiben mit parameter in runden klammern eben in parameter klammern und hier diesen ausdruck der zurückgeliefert wird tatsächlich als anweisung im rahmen einer einer von geschweiften klammern diese also diese beiden formen hier sind völlig äquivalent aber die zweite form lässt sich verallgemeinern zum beispiel zu mehr als ein parameter und zu mehr als einer anweisung und durchaus auch zu situationen in denen gar nichts zurückgeliefert wird sondern eben zu wo die funktionale methode des function interfaces das hinter diesem lambda ausdruck steht dass das eine void methode ist also das ist die zusammenfassung des ganzen wir haben mit lambda ausdrücken in java eine abgekürzte schreibweise für einen sehr häufig vorkommenden fall den wir allgemein so schreiben können aber auch verkürzt in sehr häufig aber nicht immer vorkommenden situationen sogar so kurz diese kurzform war im mehr oder weniger das was wir die meiste zeit jetzt hier in diesem video gesehen haben so jetzt kommen wir zu racket und wie sie sich vielleicht denken können ist das alles da eigentlich es ist eingebaut es kommt von daher es kommt von den funktionalen sprachen solche lambda ausdrücke sie sehen auch hier in ragged dass da tatsächlich das wort lambda in lambda ausdrücken vorkommt und wenn sie das im vergleich sind die kurzform mit einem land ausdruck dann sehen sie schon die analogie hier werden einfach zwei parameter über auf einen wert abgebildet und hier passiert dasselbe hier muss lambda vorneweg angesagt werden damit damit klar ist dass jetzt ein lambda ausdruck kommt hier oben bei java wird es aus dem kontext klar dass auf der linken seite der zuweisung ein funktional interface steht so was brauchen wir alles hier in ragged überhaupt nicht aber da wir sowas alles nicht brauchen ist aus dem kontext nicht klar dass das jetzt ein lambda ausdruck werden soll sondern wir müssen das hinschreiben in der üblichen form mit parametern und mit dem rumpf und natürlich mit den ganzen vielen klammern die wir in ragged hinschreiben müssen und das sehen wir uns jetzt hier in ragged in aktion an zum beispiel hier diese funktion add unary functions unary heißt ja mit einem parameter unär binär mit zwei parametern ternär mit drei parametern also hier soll irgendwas passieren irgendwas soll addiert werden mit hilfe von zwei unären funktionen und sie sehen hier oben in der typ definition für diese funktion auch was da passieren soll der erste parameter ist eine funktion die eine zahl auf eine zahl abbildet der zweite parameter ebenso und der rückgabe ist eine funktion die zwei zahlen als parameter bekommt und eine zahl zurückliefert so wie kann man sich das jetzt vorstellen also hier oben in der ersten zeile der definition im kopf der der funktion add unary functions ist noch nichts neues das sind zwei parametern jeweils vom funktionstyp von number auf number neu ist jetzt dieser lambda ausdruck her der liefert eine funktion zurück steht hier ja und tut es auch lambda ist ein lambda ausdrücke sind ausdrücke die funktionen die zu funktionen evaluieren und weil dieser lambda ausdruck eben der inhalt dieser die implementation dieser funktion add unary functions ist heißt es diese funktion die durch diesen lambda ausdruck definiert ist die wird durch add unary functions zurückgeliefert sowie kann man sich das jetzt vorstellen zurückgeliefert wird eine funktion die zwei parameter bekommt da oben sind sie number number und die diese funktion macht mit diesen zwei parametern etwas bestimmtes sie nimmt sich diese beiden funktionen hierher auf den einen parameter die eine funktion auf den anderen parameter die andere funktion beides addiert ergibt als ergebnis typ number auch hier wieder ein beispiel was wenn java schon gesehen haben nämlich closure hier im entstehungskontext des lambda ausdrucks sind diese beiden funktionen gegeben und die werden dann so ähnlich wie wir es in java gesehen haben auch in racket aber irgendwo ganz tief drin ohne dass wir uns damit befassen müssen werden diese beiden funktionen fcd1 und fcd2 mitgeschleppt und wann immer wir diese funktion die hier zurückgeliefert worden ist aufrufen werden diese beiden mitgeschleppten funktionen fcd1 und fcd2 hier beim aufruf dann tatsächlich verwendet so wie wir es hier implementiert haben entschuldigung so jetzt sehen wir hier oben noch mal die definition von der letzten folie und jetzt können wir hier nochmals tschuldigung jetzt können wir hier ein bisschen spielmaterial definieren zwei funktionen die nichts sinnvolles machen aber leicht zu überschauen sind und jetzt rufe ich hier add unary functions auf mit zwei parametern von diesen funktionstypen number zu number sowie add unary functions definiert ist und das ganze hier in den inneren runden klammern evaluiert sich also zu dieser funktion die hier zurückgeliefert wird dieser ganze ausdruck in den inneren runden klammern in der vorletzten zeile hier ist die funktion die wir hier geschrieben haben die zwei parameter von zahlentypen in eine einzelne zahl mithilfe dieser beiden funktionen umwandeln also also der das ganze hier in äußeren runden klammern ist ein funktions aufruf dieser hier ein zurückgelieferten funktionen die wird hier zurückgeliefert wird aufgerufen mit diesen zwei parametern und sie sehen womit wir hier add unary functions aufgerufen haben mit diesen beiden funktionen times 10 def 5 und sie sehen wenn man das so direkt einsetzt ist das dasselbe so wir kommen noch mal zurück also vielleicht sollte man jetzt dazu sagen das war eigentlich schon alles was man zu lambda ausdrücken in racket sagen musste so einfach sind lambda ausdrücke in racket wenn sie das mal miteinander vergleichen was wir eben alles im bomborium machen mussten um zu verstehen wie das mit lambda ausdrücken in java aussieht dann bekommen sie da den unterschied zu sehen zwischen einer sprache wo lambda ausdrücke praktisch zur logik der sprache gehören und auch so richtig eingebaut sind und einer anderen sprache wie java wo das nachträglich dann irgendwie in die bisherige objektorientierte logik der sprache eingefügt worden ist wir kommen aber noch mal jetzt zurück zu java zu etwas was es dann in racket nicht in dem form gibt und auch nicht geben muss nämlich dass wir noch eine weitere art der darstellung der notation für lambda ausdrücke für spezielle situation haben wie sie hier sehen sie können entweder so diesen lambda ausdruck schreiben das haben wir schon gesehen das passt auf diese situation hier bei diesem consumer oder sie können auch abgekürzt schreiben wenn der ganze rumpf der methode die hier durch die lande ausdruck spezifiziert wird wenn dieser ganze rumpf nichts anderes ist als der aufruf einer methode mit dem parameter mit den parametern im allgemeinen dann kann man auch mit dieser schreibweise mit dem doppelten doppelpunkt schlicht und einfach die methode hinschreiben das macht genau dasselbe das heißt also was der compiler macht wenn wir diese zweite zeile mit const2 mit diesem double consumer dem compiler hingeben das haben wir schon gesehen der compiler guckt double consumer hat eine funktionale methode ist ein functional interface das passt hat ein dieses diese funktionale methode hat einen parameter vom typ double und das passt das x ist also vom typ double zu verstehen und liefert nichts zurück und das was hier in geschweiften klammern steht in der zweiten von den drei zeilen passt darauf es gibt eine methode print hier mit double parameter print sehr hochgradig überladen unter anderem mit double das passt also zusammen der compiler stellt fest es passt hier zusammen und da wird auch void zurückgeliefert also gar nicht zurückgeliefert passt auch zusammen der compiler stellt in der zweiten zeile fest es passt alles zusammen und genau dasselbe stellt er auch in der dritten zeile fest erstellt fest aha da da ist eine methode gesucht also die methode auf die das ganze passen soll ist weiterhin von double consumer diese methode except er prüft nach gibt es in den vielen überladenen methoden print gibt es da eine methode die ein double parameter hat und void ist stellt fest ja die gibt es und dann fügt er genau dasselbe wie hier mit dem x dann an dieser stelle ein also noch mal für bestimmte situationen eine verkürzte schreibweise die auch sicherlich übersichtlicher ist hier wird einfach gesagt dieser consumer soll nichts anderes machen als sein sein parameter auf dem bildschirm ausgeben also ich denke verständlicher geht es gar nicht mehr das ganze geht das müssen wir jetzt nicht im detail weiter durchgehen das ganze geht auch mit methoden wie hier einerseits ein unterschied zu der methode system out print eben ist das ist eine klassen methode und keine objekt methode mehr ist das geht genauso und dann kann man auch wie in anderen kontexten wie wir schon im anderen video gesehen haben hier den namen der klasse anstelle irgendwas also der compiler erkennt hier dass eine klassen methode eingesetzt wird und erkennt dass das ganze zusammenpasst und der wichtige punkt der wichtige unterschied gegenüber dem beispiel auf der letzten folie ist eigentlich der dass wir zwei unterschiede einerseits dass wir jetzt zwei parameter haben das erkennt der compiler auch weiterhin und das zweite ist dass es eine rückgabe hat das ganze geht dann auch sogar noch einen schritt weiter mit konstruktoren hier sehen sie x doppelpunkt doppelpunkt new das ist der name mit dem man ihn als lambda ausdruck einen konstruktor ansprechen kann und new ist ja ein schlüsselwort das heißt also wir können das nicht versehentlich als namen einer methode einführen das heißt es gibt da keine missverständnisse wenn der compiler so etwas findet wie x doppelpunkt doppelpunkt new dann weiß er aha hier soll ein konstruktor der klasse groß x eingesetzt werden und sie sehen in der klasse groß x gibt es drei konstruktoren sie sehen hier drei interfaces jeweils mit drei verschiedenen methoden funktionalen methoden und der compiler schaut zum beispiel hier gibt es hierbei bei groß a wird eine ist die funktionale methode eine methode die keinen parameter bekommt und x zurück liefert und genau das passt kein parameter und der konstruktor liefert x zurück hier bei groß b da soll die methode die funktionale methode einen parameter haben vom typ int und genau so einen konstruktor gibt es auch der wird dann hier eingesetzt entsprechend analog hier unten und wenn es keinen konstruktor gibt der auf das muster hier der jeweiligen funktionalen methode passt gibt es halt beim übersetzen eine fehlermeldung sowie bei normalen methoden als lambda ausdrücke auch hier sehen sie was einen ersten eindruck zur mächtigkeit dieser möglichkeiten dass sie methoden namen und auch konstruktoren namen als lambda ausdrücke verwenden können das sehen sie hier durch so eine mischung sie können sie können hier zum beispiel an der stelle die hier benötigt wird einen konstruktor angeben oder auch eine selbstgebaute methode das können wir uns hier ansehen solche selbstgebauten methoden die vielleicht mehr tun als nur der konstruktor diese methode hier zum beispiel tut mehr als nur den konstruktor nämlich dass alle kleinbuchstaben zu großbuchstaben konvertiert werden bevor der string zurückgeliefert wird oder hier dass ein bestimmter konstruktor das ohne parameter ein bestimmter string zurückgeliefert wird nämlich 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 hello world und das ganze geht auch noch einen schritt weiter mit mit string dass sie beispielsweise hier string eckige klammern doppelpunkt doppelpunkt new ist schlicht und einfach der konstruktor für arrays der eine ganze ganze zahl bekommt die tun ist nicht negativ sein sollte ganze zahl als int bekommt und dann ein entsprechendes array mit dieser komponentenzahl angibt aber auch da lässt sich das variieren dass sie stattdessen etwa hier sie haben die wahl im lambda ausdruck sie können das als als fcd1 fcd2 speichern und wahlweise das eine oder das andere verwenden einfach hier einen string entschuldigung eine array von string generation generierung die nichts anderes tut als den konstruktor aufzurufen oder eine andere die noch mehr als das tut und hier so ein beispielsweise den das array schon mit sinnvollen oder weniger sinnvollen strings implementiert nicht implementiert sondern initialisiert halt glas in glas das nicht glas 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 Vielen Dank.